Musik Manakopter rufen bei Siedlerspielern in der Regel eines von zwei Gefühlen hervor. Im besten Fall Verärgerung, im schlimmsten Fall Angst. Diese glorifizierten Hubschrauber können jederzeit überall und ohne Vorwarnung zuschlagen und auch wenn ihre Angriffstruppen nie groß sind, können sie den Aufbau eurer Siedlung stark behindern. Aber was wäre, wenn es mir gelingen würde, ihr Angriffsverhalten zu entschlüsseln? Mit diesem Wissen ließen sich die Angriffe vorhersagen und potenziell sogar zu unseren Gunsten manipulieren. Das hier könnte die bisher herausforderndste Mechanikanalyse werden. Und wenn es mir gelingt, meine neue Höchstleistung. Manakopter haben 250 Gesundheit und 3 Rüstung. Das macht es für Level 1 Bogenschützen, sofern sie nicht auf Türmen positioniert sind, ziemlich schwer sie zu zerstören. Katapulte, Glaswahrschützen und Rucksackkatapultisten können leider keine Manakopter angreifen, obwohl letztere für die Eindämmung solcher Raubzüge prädestiniert werden. Manakopter bieten bis zu 16 Kriegern Platz. Ein kleiner Moddingtest machte deutlich, dass die drei Schamanen, die Manakopter-Raubzüge begleiten, eigene Plätze haben. Das gleiche gilt für die versklavten Siedler. Manakopter benötigen außerdem zum Bau 4 Mana, 5 Bretter und 5 Eisenbarren, wobei diese Anforderungen entweder gar nicht oder nur in einigen Situationen Anwendung finden. Auch auf Karten, auf denen das Dutle Volk nie die Möglichkeit hatte, Bretter oder Eisen zu stehen, kann es unbegrenzt viele Manakopter bauen. Diese Werte zu ändern, scheinen jedoch die Bauzeit der Manakopter zu beeinflussen. Und zu lange Bauzeiten führen dazu, dass er Manakopter sofort abhebt, ohne irgendwen mitzunehmen. Der erste Manakopter wird in der Regel nach 5 Minuten gebaut. Dies wird aber aufgeschoben, wenn das Dutle Volk per Skript bereits mit einem Manakopter startet, da jedes Dutle Volk nur einen Manakopter zur gleichen Zeit besitzen kann. Manakopter kehren nach ihren Angriffen außerdem immer zum Dunklen Tempel zurück. Wenn ihr also einen weiteren Manufaktur findet, wurde dieser noch nicht für einen Angriff benutzt. Startet mal eine beliebige Mission, die das Dutle Volk und Manakopter enthält. Wenn ihr die ganze Zeit nichts macht, solltet ihr vom Dutle Volk nie angegriffen werden. Es scheint einen gewissen Standard zu geben, den eure Siedlung erreicht haben muss, bevor das Dutle Volk sie als Ziel erkennt. Also habe ich etwas rumprobiert. Ich erstellte eine Map mit zwei Inseln, eine für mich und eine für das Dunkle Volk. Jedes einzelne Mal konnte ich beobachten, wie der Manakopter während der 44. Minute seine Besatzung erhielt. 45 Minuten scheint also zumindest auf normal der Standard-Attack-Delay zu sein. Ein Angriff fangte jedoch zunächst nicht statt, auch nicht, nachdem ich eine große Menge Siedler und Bauarbeiter ergänzte. Aber ich wusste bereits aus meinen ersten Tests im Livestream, dass bestimmte Gebäude erforderlich sind. Tatsächlich setzte sich der Manakopter sofort in Bewegung, wenn ich eine Eisenschmelze, Waffenschmiede, Werkzeugschmiede oder ein Lager in Auftrag gab. Diese mussten nicht mal fertig gebaut werden, der Auftrag allein genügte bereits. Außerdem wurde hier erkennbar, dass sich das Dunkle Volk sofort wieder zurückzieht, wenn sich keine Siedler in der Nähe des Ziels befinden. Theoretisch sind dem Dunklen Volk also alle anderen Gebäude egal. Diese Siedlung hier wird nicht vom Dunklen Volk angegriffen, egal wie lange ich warte. Und das gilt sogar dann, wenn das Dunkle Volk eine Landverbindung zu mir hat. Von seinem normalen Expansionsverhalten abgesehen wird es keine Probleme geben, weil das Dunkle Volk lieber mit Manakoptern als zu Fuß angreift, wenn es die Wahl hat. Und selbst per Skript befohlene Manakopter-Angriffe finden nicht statt, solange ich nicht eins der vier Gebäude besitze. Aber Ultimate, werden manche von euch jetzt vielleicht sagen. Meine Getreidefarmen, Minen und Häuser werden ständig von Manakoptern angegriffen. Dir entgeht doch sicher was. In diesem Fall tatsächlich nicht, aber ich kann verstehen, woher die Verwirrung kommt. Ich bin die Aufnahmen von Royale Mission 4 und 5 noch einmal durchgegangen und wie es sich herausstellte, war bei jedem einzelnen Manakopter-Landepalz eines der vier genannten Gebäude in der Nähe. Allerdings haben die Manakopter durchaus etwas Spielraum, wenn es um die Wahl ihres Landeplatzes geht. Sie können also ein Lager anvisieren und trotzdem auf einer Getreidefarm in der Nähe landen, wo durch die Illusion entsteht, die Getreidefarm sei das eigentliche Ziel. Ob sich am Landeplatz Türme befinden, ist die Piloten aber egal. Und wo wir schon von Türmen sprechen, sobald die Schützen auf einem Turm, den Manakopter anvisiert haben, werden sie bevorzugt angreifen, auch wenn die Bodentruppen des dunklen Volkes aussteigen. Das erklärt auch, wieso das dunkle Volk auf der einen Seite bestimmte Orte mit Vorliebe anzufliegen scheint, sich ihre Ziele aber auch ändern, wenn eure Sicherung wächst. Wenn ihr wie ich jeweils ein Lager für Holz und Stein einrichtet, stehen die Chancen gut, dass die ersten Angriffe eurer Holzproduktion gelten werden. Sobald ihr dann aber eure Schwerindustrie baut, ändert sich das Ziel wieder. Ein weiterer Run mit Trojaner Mission 4 bestätigte meine bisherigen Ergebnisse. Allerdings fiel meine Strategie sofort auseinander, als ich dazu überging, die verbotenen Gebäude zu bauen. Ohne die Möglichkeit, große Rohstoffwängen einzulagern oder neue Werkzeuge herzustellen, kann man sich eben nur bedingt auf das dunkle Volk vorbereiten. Das ist aber nur der erste Schritt. Wir kennen jetzt die Ziele des dunklen Volkes, aber bisher konnte ich nicht ermitteln, ob die Auswahl zwischen den verfügbaren Zielen völlig zufällig ist, einige Gebäude mehr zählen als andere, ob die Menge der Gebäude ausschlaggebend ist oder vielleicht die Anzahl der potenziellen Sklaven in der Nähe. Oder auch die Entfernung, die der Manakopter zurücklegen muss. Um diese Variablen nacheinander eliminieren zu können, kopierte ich die Karte und gab mir vier kleine Inseln, auf denen ich die Baustellen platzieren konnte. Wie sich herausstellte, müssen aber mindestens fünf Siedler auf der Insel sein, damit der Manakopter auch abhebt. Das scheint aber auf der Gesamtzahl der Siedler zu basieren, da auf anderen Inseln die letzte Baustellen in Trojaner Mission 4 durchaus angeflogen wurden. Damit die Anzahl der Siedler auf jeder Insel vorläufig gleich bleibt und nicht das Ergebnis verfälscht, schrieb ich schnell eine Funktion, die auf jeder Insel neue Siedler spawnt, wenn weniger als die vorgesehene Anzahl vorhanden ist. Im ersten Versuch wurden nur die beiden oberen Inseln angeflogen, auf der sich das Lager und die Waffenschmiede befanden. Nach 20 Flügen lag das Verhältnis bei 40 zu 60, aber ich glaube nicht, dass sich daraus eine klare Präferenz ableiten lässt. Also drehte ich die Verteilung der Gebäude beim nächsten Mal einfach um. Dieses Mal wurden die Eisenschmelze, die Werkzeugschmiede und die Waffenschmiede im Verhältnis 25 zu 55 zu 20 angeflogen. Der Gebäudetyp scheint also keinen Unterschied zu machen. Bisher habe ich mehr das Gefühl, dass das Dunkle Volk die zweite Insel von oben bevorzugt. Möglicherweise bevorzugt das Dunkle Volk von Manakopter Angriffe weiter entfernte Ziele. Das würde auch von einem Gamedesign-Standpunkt aus Sinn ergeben, da das Innere einer Siedlung oft kaum verteidigt ist, eine kleine Angriffsdruppe könnte hier also wirklich Schaden anrichten. Setzen wir die Testreihe fort, nun mit ein bis vier Eisenschmelzen auf jeder Insel. Hier wurde nun ein klarer Trend deutlich. Der erste Angriff wurde noch zur Insel mit den zwei Eisenschmelzen geflogen, was mich erst denken ließ, dass es wirklich an der Entfernung liegt. Die anderen 19 flogen jedoch ausnahmslos zur Insel mit den vier Eisenschmelzen. Interessanterweise lag auf der Insel mit den zwei Schmelzen eine Startposition, die bisher aber keine erkennbare Rolle gespielt hatte. Aber es würde natürlich Sinn ergeben, wenn auf Karten, auf denen der Spieler mehrere Eko-Sektoren besitzt, die Hauptsichtung zuerst eingeriffen würde. Also kehrte ich erneut die Verteilung um. Wie erwartet wurde zuerst die Startinsel angeflogen, danach die Insel mit den vier Schmelzen, wobei diese nun im Norden statt im Osten lagen. So weit, so gut. Aber die anderen 18 Flüge gingen auf die Insel mit den zwei Eisenschmelzen, welche bis jetzt in allen Testreihen am wenigsten Aufmerksamkeit bekamen. Mit anderen Worten, ich habe keine Ahnung, was hier Sache ist. Verteilen wir die Insel neu, sodass sie eine mehr oder weniger gerade Linie bilden. Außerdem lege ich die Startposition zum dunklen Tempel, sodass diese nicht mehr das Ergebnis beeinflussen dürfte. Die ersten vier Angriffe verteilten sich gleichmäßig auf die Inseln. Ich glaube daher, dass Eko-Sektoren mit Türmen bevorzugt werden, auch wenn die Türme selbst kein Ziel darstellen. Wobei einige Inseln in den vorherigen Tests völlig verschont blieben, obwohl ihre Türme noch standen. Das würde auch bedeuten, dass es nicht reichen wird, einfach ein paar Lagerbaustellen auf einer anderen Insel zu platzieren. Die würden nur so lange angeflogen, wie es in eurer echten Siedlung keines der verbotenen Gebäude gibt. Die anderen 16 Flüge gingen ausnahmslos zu am weitesten entfernten Inseln. Wenn die Türme also gleich zu Beginn eliminiert würden, müsste ein klares Ergebnis entstehen. Das Ergebnis war klar, aber auch genau das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe. Alle 20 Angriffe trafen ausnahmslos die nächstgelegene Insel. Ich wiederholte den Test und jetzt war es die am weitesten entfernte. Dann die zweite Insel. Und das war auch nicht davon abhängig, in welcher Reihenfolge ich die Gebäude platzierte. Siedler ist sehr deterministisch. Unter den exakt gleichen Voraussetzungen entstehen normalerweise identische Ergebnisse und Abweichungen sind in der Regel menschlichen Versagen geschuldet. Selbst der Geschenkzauber hätte genau planbare Ergebnisse, wenn man ihn Tick genau anwenden könnte. Es ist fast so, als wäre der Entwickler hinter den Manakoptern ein großer Fan der Chaos-Theorie gewesen. Nichts hiervon ergibt Sinn. Er schlägt mich. Er schlägt mich und ich werde ihn haben. Ich schläge ihn rund um die Wundern der Nivea und rund um die Antares-Mailströme und rund um die Traditionen und Flamen, bevor ich ihn aufrufe. Ich ließ die Sache noch einen Tag ruhen und dann kam mir die Idee. Siedler hat einige Mechaniken, die zufällig wirken, aber es eigentlich nicht sind. Selbst die Zufallszahlen in manchen Mapscripts sind problemlos vorhersehbar, weshalb einige Mapper schon eigene Funktionen geschrieben haben, um solche Zahlen zu generieren. Wenn ich die Gebäude nicht mehr selbst setze, sondern beim Spielstart per Skript platzieren lasse, somit immer zum ersten Tick des Spiels und immer an den gleichen Koordinaten, könnte damit das Zufallselement eliminiert werden. Und so kam es auch. Zum ersten Mal in dieser Testreihe gaben zwei Tests exakt gleiche Ergebnisse ab und das dunkle Volk flog ausschließlich die am weitesten entfernte Eisenschmelze an. Über die genaue Arbeitsweise des Manakopters unter der Haube kann ich nur spekulieren, aber wenn hier der Zufall im Spiel ist, funktioniert er vermutlich ähnlich wie der für den Geschenkzauber. Von dem wissen wir bereits, dass nur der Zeitpunkt der Anwendung, aber nicht der Ort ausschlaggebend ist. Nun wiederholte ich den Test noch mit verschiedenen Gebäuden statt vier Eisenschmelzen. Die Eisenschmelze und die beiden Schmieden wurden jeweils sechsmal angegriffen, während das Lager nur zwei Angriffe abbekam. Eine solche Gewichtung würde Sinn ergeben, aber die Frage war, ob diese Ergebnisse auch so bleiben würden, wenn ich die Position im zweiten Durchlauf spiegle. Tatsächlich waren die Ergebnisse hier ausgeglichener, mit einem Verhältnis von 5 zu 6 zu 4 zu 5. Es führte also kein Weg an einer größeren Probe vorbei, 20 Flüge sind für einen Trend definitiv zu wenig. 100 werden schon das Mindestmaß für zuverlässige Ergebnisse und das einmal von Hand zu machen, wäre zwar mühsam, aber nicht schwer. Aber wenn ich das hier mache, dann gehen wir auf richtig große Zahlen. Also erweiterte ich das Map-Skript so, dass die Präsenz von Schamanen auf den einzelnen Inseln entdeckt und somit die Angriffe auf jede Insel automatisch gezählt werden, mit Zwischenergebnissen alle 100 Flüge. Ich stellte schnell fest, dass 100 Flüge etwa 15 Stunden In-Game-Zeit brauchen. Selbst mit gedrückter F12-Taste wartete ich daher 4 Minuten auf die ersten Ergebnisse. Leider führte ein Flüchtigkeitsfehler meinerseits dazu, dass die Ergebnisse nach 100 Flügen nicht mehr ausgegeben wurden, aber eine größere Probe war tatsächlich gar nicht erforderlich. Das Verhältnis-Argament war 24 zu 24 zu 23 zu 29. Ich komme daher zu dem Schluss, dass alle verbotenen Gebäude gleichermaßen als Ziel gesehen werden. Jetzt sind wir schon auf Seite 4 des Skripts und ich kann meiner Kopter-Flüge immer noch nicht vorher sagen. Und wenn der Zufall sich hier wirklich ähnlich verhält wie bei den göttlichen Gaben, hat es auch wenig Sinn, das weiter zu verfolgen. Selbst wenn wir die exakten Informationen hätten, können Menschen schlicht und ergreifend keine Gebäude-Ktick genau platzieren. Bei 14 Spielticks pro Sekunde würden Selbstreaktionen auf die zehnte Sekunde genau nicht ausreichen. Bei welchen Bedingungen das dunkle Volk in meiner Kopter lieber stehen lässt und zu Fuß eingreift, haben wir auch noch gar nicht besprochen, aber ich glaube, dass die Ursache dafür gar nicht bei uns als Spielern liegt. In den bisher besprochenen Testreihen kam es erstaunlicherweise nie vor, aber auf nicht so saubere Karten scheint es oft so, dass meiner Kopter zwar manchmal eine Besatzung anfordern, aber danach nie wieder abheben. Das könnte ein Bug ähnlich wie bei den Fähren sein oder bedingt durch Plätze, die für Einheiten geblockt wurden, die inzwischen tot sind oder anderweitig nicht in meiner Kopter erreichen können. In diesem Fall wäre der Wechsel nicht vom Spieler aus manipulierbar. Low Speedrunning hatte im Livestream auch die Idee, dass es etwas mit der Nähe zu unseren Grenzen oder der Anwesenheit unserer Einheiten zu tun haben könnte, aber auch das konnte ich nicht bestätigen. Über alles weitere kann ich nach jetzigem Stand nur spekulieren, aber ich veröffentliche kein Video mit so langem Skript, ohne etwas vorweisen zu können. Es gibt vier Gebäude, die wir nicht bauen dürfen. Eisenschmelze, Waffenschmiede, Werkzeugschmiede und Lager. Alles andere dürfen wir bauen, einschließlich Minen, Goldschmelzen, Kasernen, Tempeln und Ziehobjekten. Nun können wir ohne Lager kein Rohstofflager anlegen, um die verbotten Gebäude später im Schnellleuchlauf hochziehen zu können. Und ohne Schmieden können wir weder neue Werkzeuge noch Waffen herstellen, auch hier wären wir also auf die Startvorgaben beschränkt. Marktplätze und Hafen könnten als Lager genutzt werden, die müsste man aber auch micromanagen. Aber es gibt einen Rohstoff, den wir sowohl in unbegrenzten Mengen produzieren als auch lagern können, und mit ihm können wir uns vorbereiten. Mana. Selbst eine große Mana-Produktion zieht nicht die Aufmerksamkeit des dunklen Volkes auf sich, auch wenn wir 10.000 Mana ansämmen und uns dafür mal eben 12 Stunden Zeit lassen. Theoretisch bauen wir unsere Siedlung also normal auf, sobald wir das mit unseren Startvorgaben und ohne die verbotenen Gebäude tun können. Eine Fleischproduktion brauchen wir erst einmal nicht, da wir eh kein Eisen verarbeiten können. Danach konzentrieren wir uns auf unsere Mana-Produktion. Der Geschenkzauber kann uns mit Waffen, Spitzhacken, Hämmern sowie zusätzlichem Gold- und Baumaterial versorgen. Die anderen Zauber hängen von Volk und Karte ab. Wenn wir eine Landverbindung zum dunklen Volk haben, errichten wir sicherheitshalber dort eine Verteidigungslinie, ansonsten streuen wir große Türme an allen Orten ein, an denen schwerte Eisen verarbeitet oder Rohstoffe gelagert werden. Bei diesen Türmen sollten wir besonders auf Level-3-Soldaten setzen. Da Rüstung eingehen und Schaden um einen konstanten Wert reduziert, sind Level-3-Bogen schützt und ein Vielfaches stärker gegen Mana-Copter als ihre Level-1-Kollegen, und der Flaschenhainz unserer Soldatenproduktion werden Waffen und nicht Gold sein. Zielobjekte sind theoretisch auch eine mögliche Investition, allerdings werden wir einige Sets brauchen, damit wir als Verteidiger überhaupt einen Unterschied haben werden. Soweit wir bereit sind, können wir unsere Verteidigung jederzeit testen, indem wir eine Baustelle für ein verbotenes Gebäude platzieren. Theoretisch können wir damit jede Mana-Copter-Map schießen, solange wir keine anderen Feinde haben, aber diese Strategie muss erst zwei Tests bestehen. Zuerst werde ich Trojana Mission 4 erneut durchspielen, und zwar ohne einen Kampf auszutragen. Das dauerte tatsächlich nur etwas über zwei Stunden ingame, weniger als 15 Minuten in der Realität und nicht eine Person musste sterben. Karten, auf denen keine Landverbindung zum Dunklen Volk besteht, können wir also auf diese Weise cheesen. Der zweite Test ist Trojana Mission 5. Hier besteht auch eine Landverbindung zum Dunklen Volk, wir können also erproben, ob wir mit Angriffen zu Fuß rechnen müssen, und wenn ja, ob wir diese abwehren können. Wie es sich herausstellte, müssen wir nicht mit Angriffen zu Fuß rechnen, darf Lennon dann aber nach 35 Minuten doch ein Mana-Copter in meinem Vorgarten. Und das ist komisch, denn in Mission 4 ist nach dieser Zeit ein Angriff per Skript vorgesehen, aber in Mission 5 nicht. Nach einem weiteren Mana-Copter-Angriff war mir klar, dass etwas nicht stimmte. Aber okay, laden wir einfach den Spielstand nach dem ersten Angriff und platzieren eine Lagerbaustelle an einem Ort, wo uns das Dunkle Volk nicht stören wird. Guter Plan, nur leider ließ sich das Dunkle Volk nicht täuschen. Diese Angriffe waren unvermeidbar, und ich hatte keine Ahnung warum. Die Landeplätze waren in etwa in der Nähe der Startposition, aber da waren auch viele meiner Gebäude. Ich versuchte, einen solchen Angriff auf einer meiner Testkarten zu provozieren, aber keines der nicht verbotenen Gebäude löste einen solchen Angriff aus, weder zu Fuß noch per Mana-Copter. Dann hatte ich die Überlegung, ob ich auf der Testkarte einfach zu viele Soldaten hatte, aber auch das änderte nichts. Nun hat Mission 5 die Eigenheit, dass wir direkt mit einem Kampf starten, aber auch das endete auf der Testkarte nichts am Verhalten des Dunklen Volks. Eine Besonderheit gibt es aber noch. Das Dunkle Volk startet per Skript mit einem Mana-Copter in unserer Siedlung. Und tatsächlich wird der nicht nur regulär besetzt, wenn die Zeit kommt, er scheint auch auf jede Art von Baustelle zu reagieren. Also testete ich meine Strategie erneut auf Trojana Mission 2 der neuen Weltkampagne. Und zuerst sah alles gut aus, bis ich nach 45 Minuten, genau nach Ablauf der Peacetime auf dieser Karte, wieder ungebetenen Besuch bekam. Erst war ich verwirrt, aber dann verriet mir ein Blick ins Skript, dass das Dunkle Volk auch auf dieser Karte mit einem Mana-Copter startet. Also genau das gleiche Problem. Ich reproduzierte die Situation erneut auf der Testkarte und nur per Skript gespawnte Mana-Copter scheinen sich so zu verhalten. Wenn ihr diesen ersten Mana-Copter also zerstören könnt, verhalten sich die weiteren normal. Das beschädigte sich auch in Trojana Mission 5, wo ich nur deshalb nicht gewann, weil sich der Dunkle Tempel weigerte einzustürzen. Diese zwei Missionen sollten aber die einzigen sein, auf denen ihr diesen zusätzlichen Klimmzug leisten müsst. Speichert am besten ein paar Minuten vor Ablauf der Peacetime, damit ihr beobachten könnt, wo der Mana-Copter landet und eure Truppen entsprechend positionieren könnt. Ich weiß zwar nicht, wieso per Skript gespawnte Mana-Copter ein anderes Verhalten haben als normal gebaute, aber es ist wohl einfach so. Auf allen anderen Karten sollte meine Strategie problemlos funktionieren, zumindest solange ihr keine anderen Gegner habt. Beachtet aber, dass das nur auf Karten funktioniert, auf denen das Dunkle Volk Mana-Copter hat. Außerdem haben viele Add-On-Karten zwei Dunkle Völker, von denen aber nicht immer beide eine Mana-Copter-Manufaktur besitzen. Eine Sache kann ich aber noch ergänzen. Der einzige Weg, den Bau von Mana-Coptern zu unterbinden, ist die Zerstörung der Mana-Copter-Manufaktur. Aber auch wenn euch das gelingt, solltet ihr euch nicht zu sicher fühlen. Zum einen wird der dort geparkte Mana-Copter, sofern dort einer ist, sofort in den Angriff übergehen, auch ohne eines der verbotenen Gebäude. Hier greift wo wieder das Verhalten der gespawnten Mana-Copter. Zum anderen kann die Mana-Copter neu gebaut werden, und das innerhalb weniger Minuten. Anscheinend ging Bluebyte davon aus, dass der Spieler diesen Prozess nie zu Gesicht bekommt, jedenfalls hat er keine Animationen. Aber das scheint der eigentliche Grund zu sein, wieso auf vielen Karten mehrere Mana-Copter-Manufakturen sichtbar sind, wenn man sie im Editor betrachtet. Es war nicht der Sadismus von Meppern, denen nicht klar war, dass nur eine der Manufakturen überleben würde. Stattdessen scheint die Manufakturen nur an Orten neu gebaut werden zu können, die im Editor als solcher markiert wurden. Das lässt sich nur verhindern, indem das Land dort begrünt. Aber im Spiel selbst sind diese Stellen kaum zu erkennen, nur beim Spielstart könnt ihr noch die Umrisse sehen, welche aber bald verschwinden. Der einzige andere Hinweis dürfte das Fehlen von Pilzfarmen sein. Zum Glück gibt es den Editor Plus, mit dem ihr euch die Karten ansehen könnt, wenn ihr möchtet. Wenn ihr Matter seid, solltet ihr dieses Wissen im Hinterkopf behalten. Und das reicht jetzt auch, wir sind nun auf Seite 6 des Skripts. Aber auch wenn ich immer noch nicht alle Verhaltensweisen der Mana-Copter verstehe, sollten wir nun in der Lage sein, so ziemlich jede Map, auf der sie ein Problem sind, zu cheesen. Und ich denke, das reicht für unsere Zwecke.